Hallo, ich bin Katharina. Vor der Teilnahme an Soulfood war ich immer ein sehr selbstkritischer, ja fast schon selbsthassender Mensch, der sich ständig bestraft hat und immer wieder sauer auf sich selber war. Und als ich dann auf Jackie und ihr Team gestoßen bin und am Soulfood teilgenommen habe, habe ich einfach durch die intensive Zeit gelernt, mich selbst anzunehmen, auf meine Bedürfnisse zu achten, mich selbst zu lieben. Ja, ich habe im Prinzip einfach zu mir gefunden und jetzt bin ich im Prinzip meine beste Freundin, wenn man so will. Ja, bei Soulfood lernt ihr ganz tolle Werkzeuge kennen, die ihr in euer Leben integrieren könnt, die euch da mit an der Hand gegeben werden. Ihr habt eine tolle Betreuung, könnt ihr derzeit Fragen stellen und habt ein tolles Workbook an der Hand, hilfreiche Videos, hilfreiche Tipps und ich kann es jedem nur empfehlen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so helfen würde, aber es hat definitiv mein Leben verändert und ja, vor allem das Verhältnis zu mir selber. Und dann gehen wir wieder. Ich habe ja. Sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020